Kiste! Kiste, Kiste, Kiste! Storm? Ist das besser? Nee. Aber ich habe eine Rüstung mittelschwer und die ist gut. Ich habe eine Rüstung. Ja, ich bin weiß. Jeder hat seine eigene Rüstung. Ich bin mir sicher... Oh, ich bin angegriffen. Ich habe ein Schussschild aufgebaut. Die ballern auf mein Schild. Das gefällt mir nicht. Toll. Jetzt muss ich es reparieren. Mein Schwierigkeitsgrad hat sich so eben erhöht. Das finde ich toll. Gut. Ich speihe hier mal lieber ab. Also mein Schild ist stark geschwächt. Ich speihe hier mal ab. Wie die nach oben fliegen finde ich irgendwie cool. Ich bin mal mit dem Schönen, mit dem Rad obligatorisch raufgefahren. Ah, etwas dickeres ist das gerade und das beschießt mich schon. Halte! Treffe ich das Ding gar nicht? Pritzel. Wow, das ist wahrscheinlich Gipfel 15 würde ich sagen. Ein interessantes Segeti aufgetaucht worden. Keiner hat es gemerkt. Mist. Ah, mein Schild regeneriert sich auch. Was sehe ich gerade. Ist gut zu wissen. Wichtige Mission gescheitert. Ja. Ich habe die Lenkung nicht so richtig. Äh. Die Kamera war so dicht. Jetzt wisst ihr auch was passiert, wenn Mako einfach irgendwie runterfällt. Ich glaube von hier aus sogar schon treffen. Ballert sogar schon auf mich. Ja. 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 Er muss aufpassen. Also er lenkt tatsächlich nach vorne, wenn man hier die, wenn man jetzt einfach nur D drückt. Dann lenkt er so ein bisschen nach vorne. Deswegen muss man eben so ein bisschen gegensteuern. Ja. 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 Ich will ja mal mehr verabsperren, damit man hier nichts Doppel und Dreifach machen muss. Das war's. Davon krieg ich ein Level-Up. Krieg ich so schnell Level-Ups? Das ist ja unglaublich. Ist ja schon fast unfair. Blutbart. Das finde ich cool. Einschüchtern geht nicht weiter. Ich mach mal Fitness. Das verbessert meine Gesundheit enorm. Wenn ich das jetzt wegnehme... Könnte ich jetzt nicht mehr sehen. Aber ich hätte dann wahrscheinlich mehr. Speichern fehlgeschlagen? Oh nein. Herzlich, dass wir Gegner sind. Ich fahr hier so dicht dran. So, dann müssen wir nämlich hier rein. Äh, dann... Tja. Geht's ab. Das ist Krogane. Oh, die tun weh. Au. No. Oh. Hier geht'sk. Das war's für heute. Hätte ich übrigens Biotika genommen als Anfangsphase, was ich mit Frontkämpfer wahrscheinlich beim guten Run machen werde. Oh Gott, was kommt der so nah? Warnung, alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Die Nutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Damit immer die mich wahrscheinlich. Ich bin also schon in Gefahrgut. Gott. Schon wieder auf dem letzten Drücker. So. Wir müssen die Reaktoren wieder einschalten. Ja, das müssen wir. Phasenmanivision 2, ich glaube das ist jetzt mal so viel. Jetzt schon mal wichtig herauszufinden, was man nimmt hier. Erstmal was habe ich hier? Verpasstes Visier. Ich glaube da kann man schon deutlich bessere nehmen. Kühlkörper zum Beispiel für eine bessere Hitzeabsorption. Und hier hätte ich gerne was gegen diese Phasenmonie. Ich nehme mal das. Huch, das sind Geschütztürme. Warum zeigen die Gepächtstürme in die falsche Richtung? Es geht nicht um Verteidigung, sondern darum, ihre Leute in Schach zu halten. Genau, das ist übrigens die Sicherheit, da gehe ich nochmal hin. Denn hier gibt es ein Upgrade-Kit mit Zeug. Und ein Spind mit... Uh, Skimmita 4. Das ist also eine neue Waffe. Eine neue Schrotflinte für mich. Schon mal nicht schlecht. Ja, das macht mehr Schaden. Mehr Schaden ist gut. Zweifel mal mehr Schaden. Oh, nix. Ach, das ist das Ding. Meine vorherige Rüstung gewesen. Die habe ich ja ausgetauscht. Es wird auf einmal so dunkel hier. Ich glaube, wir kriegen gleich Gewitter oder sowas. Ich stehe in die falsche Richtung. Skoboisch war unschön. Ich muss ganz dringend wohin. Ich kann die Aufnahme nicht abbrechen. Das heißt, ich muss gleich in der Pause hinrennen. Ich konnte gerade nichts machen. Oh, das klingt nicht gut. Tiere, Wind, dieser Ort ist Wille mitgenommen. Iiii. Och du Scheiße. Oh, shit. Okay. Waffenwechsel bitte. Und zwar alle auf die Schnellfeuer. Rachni. Xenobiologie ist nicht meine Stärke. Aber vielleicht weiß es jemand in den Laboren. Üble Viecher. Die halten doch fair aus. Hammer. Gut. Es geht nur einen Weg lang. Und der ist hier. Ein Medi-Gill. Das, was ich verbraucht habe, gleich wieder rein. Ich speichere mal die Dinger mal mit Angst. Oh Gott, die vergiften einen. Das, was ich verbraucht habe. Das sieht so aus wie das Logo von den Cyprens. Okay. Auch nicht schlecht. Fällt mir jetzt das auch. Gut, ich habe per se das andere Spiel auch später gespielt. Hallo, ich habe gedrückt. Wenn ich drücke, stellen sich alle automatisch hin und dann fährt der Fahrstuhl hoch und das Spiel wird geladen. Wozu sprechen die auch mal, aber es ist irgendwie sehr, sehr selten. Gut, an dieser Stelle mache ich eine kurze Pause. Speichere mal ab. Speichere eine Fehlgeschlankung und dann gehe ich ein Hauptmenü.